Liebe Freunde, wir sind heute hier in Spremberg zur Demonstration. Die Lausitz-Runde tagt wieder und mit der Lausitz-Runde ist auch die Chefin der Grünen gekommen, die Annalena Baerbock. Vielen Dank. Sie verantwortlich ist für diesen Schlamassel hier vor Ort, dass es einen Strukturbruch geben wird, wenn sie nicht aufgehalten wird. Wir wissen ganz genau, 2038 wäre der Kohlekompromiss, aber selbst den wollen die Grünen nicht mehr machen. Und insofern unterstützen wir hier die Leute vor Ort und hoffen, dass hier eine Einsicht erfolgt, dass aus der Kohle nicht ausgestiegen wird. Das ist ja unsere Position, sonst bricht hier alles zusammen. Die Versorgungssicherheit ist nicht mehr gewährleistet mit den Erneuerbaren. Und wir wünschen den Kumpeln hier viel Erfolg. Glück auf!